In diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, welche Fallen ein Array auch für uns bereithält. Darum geht es um die Größe des Arrays. Die Größe des Arrays haben wir ganz am Anfang so angegeben, dass wir gesagt haben, einfach fünf Felder. Natürlich kann ich auch 50 oder 500 machen, das ist eigentlich vollkommen egal. Was allerdings wichtig ist, ist, dass diese Größe zwar von dem Compiler so eingestellt wird und genau so viel Speicherplatz wird für mein Array auch reserviert. Allerdings verhindert C und Arduino deswegen auch nicht, dass ich auch außerhalb des Arrays irgendwo im Speicher zugreifen kann. Versuchen wir doch einmal hier. Habe ich bereits vor eingestellt, dass wir in dieser Vorschleife, wo wir blinken letztendlich, habe ich nicht fünf eingegeben, sodass der Index von 0 bis 4 nur laufen kann, sondern er läuft tatsächlich von 0 bis 5. Also, ich habe mich verzählt mit anderen Worten und ich sage, ach, da waren ja fünf, also muss ich kleiner sechs machen. Das ist ein Fehler, der nicht nur Anfänger sehr oft machen, sondern auch fortgeschrittene, erfahrene Programmierer immer wieder sich verschätzen. Versuchen wir doch mal, was daraus passiert, was dann passieren würde. Ich kompiliere das Programm. Da gibt es erstmal keinerlei Probleme. Ich lasse es laufen und ich starte auch den seriellen Monitor wieder. Und jetzt gucken wir, was daraus kommt. Kommt immer die Intervalle. Zuerst kommt 1000. 2000. Die hatten wir alle im Array selbst reingeschrieben. 3000. Dann kommt 2500. Hatten wir auch im Array. 1300. Und jetzt kommt es interessanterweise, was jetzt kommt. 2573. Hui, wo kommt das denn her? Was ist hier genau passiert? Das müssen Sie sich so vorstellen, dass der Speicher wie aneinandergereihte Kästchen sind. Der Speicher ist nicht etwas, was man wirklich irgendwie, wenn ich sage, Speicher wird für mich reserviert, bedeutet das, da kann ich jetzt damit hantieren. Und das ist jetzt mein Speicher. Und Arduino zum Beispiel sorgt auch dafür, dass wenn ich Speicher reserviere, es auch gleich auf Null setzt und nicht die Werte da drin lässt, die davor waren. Das ist so eine Art Recycling des Speichers. Das bedeutet, als ob man verschiedene Körbe hat und in jedem Korb ist irgendetwas gespeichert. Und wenn ich den Korb nicht mehr brauche, dann kann ich es als neuen Speicher benutzen. Und erstmal muss ich das ausleeren, was da drin war, damit ich das neue speichern kann. Arduino sorgt auch dafür. Wenn ich allerdings diesen Speicher nicht reserviere, dann leert er diesen Speicher auch nicht. Und was hier jetzt gerade passiert ist, ist, dass ich unabsichtlich aus meinem reservierten Speicher rausgekommen bin. Da ist aber natürlich immer noch mehr Speicher da. Und da lag irgendeine Zahl, in diesem Fall 2573, die immer noch da war und die keiner geleert hat oder eben keiner gelöscht hat. Genau das ist hier passiert. Einerseits kann man sagen, ist nicht weiter schlimm. Andererseits hat man dann einen zusätzlichen Wert, der natürlich überhaupt nicht dahin gehört. Dann sollten Sie es unbedingt vermeiden. Aber es kann auch viel schlimmer kommen, falls zum Beispiel dieser Speicher zufälligerweise am Rande des Speichers sich befindet und langsam zum Programmspeicher übergeht. Der Speicher vom Arduino ist in zwei Teilen geteilt. Programmspeicher und Datenspeicher. Programmspeicher ist dort, wo das Programm selbst gespeichert wird. Das heißt da, wo unsere Kommandos und das alles, was wir hier programmiert haben, eigentlich gespeichert ist. Das kommt ja nicht vom Laptop hier, vom PC, sondern es ist lokal direkt auf dem Arduino gespeichert. Der Datenspeicher ist da, um alle meine Variablen zu speichern und sie auch zu verändern. Dort darf das Programm immer wieder zugreifen und irgendetwas verändern. Aber er sollte sich nicht selbst verändern. Und genau das könnte auch passieren. Passiert nicht unbedingt. Und bei manchen Mikrokontrollen ist der Programmspeicher auch geschützt, bei manchen nicht. Deswegen müssen Sie es auch wissen. Eben kann man auf den Speicher zugreifen, der gar nicht zu mir gehört. Und wenn ich jetzt auch noch verändere, verändere ich das Programm selbst und bringe das Ganze zum Absturz. Das heißt, wenn Sie irgendwo einen völlig unvorgesehenen und unerklärlichen Absturz beobachten, dann gucken Sie erst mal auf Ihre Variablen und vor allem auf Ihre Felder und Arrays, um zu schauen, ob Sie nicht irgendwo zugreifen, wo Sie eigentlich nicht hingehören.